Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich denke, die Lebensqualitäten und die Familie zusammenzuarbeiten werten sich schon mehr wieder als ein Rieseinkommens. auf das ganze Leben hinein. Aber es ist jetzt meine Idee. Vielleicht ist es etwas anderes. Oder ich würde sagen, es ist unsere Idee. Das kann es. Es muss einer nicht zaubern, wenn er meint, er muss gehen. Es muss einer gehen. Das ist eine Menge, als wenn er noch drei, vier Tage verleiht, dass er mir schon hier oben, wenn er nie nachher gehen kann, einen Kaffee saufen oder so. Man braucht den Top eigentlich nicht viel. Alsbald man da oben ist, muss man das Geld aneinanderführen. Dann nehmen wir den ganzen Sommer am Schubladen Platz. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Untertitelung des ZDF, 2020